Ich orientiere mich links, weil da sind Bäume, äh, weil, hä? Weil da sind Bäume, alles klar. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games mit mir und Flori und, ja, sag, du kannst erst mal Hallo sagen, genau. Hallo. Ja, hallo, 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 hallo. Genau. Und, ja. Isla de la Rosa. Ja, unser Sprachkönner. Ja, ich bin in Italienisch oder was das sein soll, gut. Ich hätte ja eher Isla de la Rosa, hört sich viel besser an, irgendwie so Isla de la Rosa. Ja, aber, nee, nee, nee. Sechser Team am Spawn, okay, okay, ja, genau, Sechser Team, lol, keine, macht mal ruhig. Was? Sechser Team. Oh, Flo hat sich meine Kiste gesnackt, egal, komm mit. Äh, läufst du mir in Italien? Ja. Nein, stopp, nichts werfen. Äh, ich hab gar nichts. Läuf. Ja, da waren viel zu wenig Kisten am Spawn, ey. Ja, ist auch so. Ich orientier mich links. Weil da sind Bäume. Äh, weil, hä? Weil da sind Bäume, alles klar. Äh, weil da sind eigentlich Kisten zwischen den Bäumen. Ich glaub, hinter mir ist jemand ins Wasser gesprungen. Ich glaub, der will mich töten. Acht Pfeile. Uh. Nice, Alter, du glaubst nicht, wie viel Glück ich in meine Kisten habe. Ab. Dann wird der Elend dich verrecken. Wo sind denn hier Kisten, scheiße? Neb, gibt's hier keine Kisten? Ja, Flo, du spielst mit mir zusammen. Was erwartest du? Bei Survival Games hab ich das Unglück des Todes. Ich find in Kisten teilweise ein Item und das ist Kürbiskuchen. Ja, ich mein, was zu essen ist. Stell dir mal vor, Spinnenweben. Achso, ja, kenn ich. Kenn ich, kenn ich. So, hier. Ah, hier müssen Kisten sein. Zwei, drei Kisten immer. Ich frage mich nur, wo. Leute, enttäuscht mich nicht schon wieder. Ich bin einmal ein ganzes Haus abgeklappert. In jedem Zimmer und es war einfach keine Kiste drin. Ich hab mich grad auf die Kisten ja ausgekriegt. Da, da, ich hab eine, ich hab eine. Ich hab eine, yes. Yes. Goldschwert, nice. Ja, also. Ja, ja. Ja, da ist einer. Ich dachte, das wärst du Hilfe. Was? Fuck, renn weg. Ich hol den. Ich hab zwar teilweise ruckler, aber ich... Jetzt geht er auf mich, aber der hat den ersten Hit bekommen und den zweiten auch und den dritten und den... Jetzt hat er sich einen Heiltank reingegönnt und den vierten hat er... Alter, es leckt mega. Und jetzt kommt da noch einer. Fuck, ich hab den... Alter! Ja, sicher mit Eisenschwert. Fick dich doch. Ohne Witz, scheiß Spiel. Ich hab den fast down gekriegt. Der hätte einen Schlag gebraucht und jetzt kommt sein scheiß Teammate mit dem Eisenschwert. Schreib mal Noobs schnell, wenn du in Sicherheit bist. Ich bin nicht in Sicherheit, aber... Noobs. Ja, egal. Dein Chat ist zu schnell, stand da da. Halt dich doch mal. Noobs. Echt, wie kann man so scheiße sein? Ohne Witz. Ich hab... Der andere hat mich keinmal geschlagen. Also hat mich keinmal erwischt. Und ähm... Der andere kam dann halt mit seinem scheiß Eisenschwert und hat mir mal gezeigt hier... Wer das dickste Schwert hat. Ja, der hat mich keinmal geschlagen. Ja, der hatte so einen ähnlichen Skin wie du halt. Und da dachte ich nur so... Ja, auch Goldschwert. Oh, das ist der Tor, ein Heiltor. Und dann schlägt er mich und ich denke... Oh, fuck, ist er doch nicht. Ja, den hab ich richtig weggekommen. Und weißt du, dann hat er sich noch einen Heiltrank reingegönnt. Ich hab den noch zweimal geschlagen. Der hatte einen Schlag gebraucht, dann wäre er tot gewesen. Was? Es ist doch aufgenommen. Achso, dann nimmst du immer noch auf. Ja, aber ich kann auch nochmal von ganz vorne starten. Aber mach ich nicht, weil es jetzt losgeht. Jo, ja. Do it, do it, weh, weh. Geil, mal wieder... Die Kiste hat sich bei mir erst seit Jahren geöffnet. Folgst du mir? Nee, ich hab ne Kettenhose, du, ne Goldhose. Wir sind die Hosen, Brüder. Pass auf, hier sind schon Kisten rechts und links teilweise. Da! Und da, da, noch weiter links ist noch eine, Flo. Siehst du die? Ja, oh, fuck. Keiner, du war mir ein Goldschwert. Alter! Renn doch! Fuck, der ist wahrscheinlich jetzt hinter uns. Ah, gut, ich hab die Stolz... Flo? Oh, fuck! Ich bin etwas rechts von dir. Rechts ist ne Kiste im Baum. Okay, du musst wegrennen. Ich hab ein Holzschwert und ne Steinachst. Also, wenn die Möglichkeit besteht, werde ich dich retten. Ja, ich hol mir den. Oh, jetzt rennt er weg. Och, man, so ne Pussy. Okay. Flo, hier, ist ne Holzschwert. Flo! Hier. Fuck, jetzt kommt er! Und ich bin gerade im Inventar. Ne, hä, wo ist er? Ach, da drin. Den holen wir uns jetzt. Ich hab zwar noch Half-Life, aber... Nein, dann tu es nicht. Dann lass mich doch wenigstens vorrennen, du Spaten. Bleib stehen! Ich bin direkt hinter dir! Danke. Warte, immer noch nicht vor dir. Stopp, Flo! Alter! Und tot. Oh, Essen, Essen. Hab ich auch. Ja, ich brauch Essen um Leben. So, hier. Hier ist ein schicker Hemd. Alter. Ach, da bist du auch. Hier. Hast du auch irgendwas Tolles für dich und mich? Für dich und mich. Ein Leben lang. Und... Was hatte der für ein Schwert? Äh, keine Ahnung. Holzschwert, glaube ich, oder so. Ich hab... Okay. Ja, dann... Dann... Lass mal weiter die... Ach, warte. Hat er die Kiste da oben überhaupt durchsucht? Ich nicht. Oder doch, doch. Die hat er. Ah, jo. Ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Ist er vor uns geflohen, oder hat er uns gar nicht bemerkt? Er hat uns bemerkt, als er an die Kiste gelootet hatte. So, rechts oder links ist jetzt die Frage? Okay, links. Weil wir bleiben zusammen. Ich hätte noch nicht. Hast du denn Eisen? Weil... Nee, leider nicht. Warte, weil ich hab... Lol. Wieso hast du... Ach so, doch. Pass auf, fall da nicht rein! Nein! Nein! Ach so, du packst dich raus. Komm, schaff das bitte. Warte, ich kann dich vielleicht mit der Angel da rausholen, irgendwie. Ja, das könnte funktionieren. Ja! Boah, Flo, dafür... Komm, high five. Das ist nicht dein Ernst! Das schafft man bestimmt nur einmal von... Okay. Flo, wir sind die ultimativen Angelbrüder. Komm mit jetzt. Wir gehen da nicht mehr hin. Ja, ich weiß. Das hab ich schon verstanden. So, ähm... Okay. Hier ist ein großer Unter-Erde-See. Ups. Ja, ich wollte eigentlich Unter-Wasser-See sagen, aber es ist ja gar kein Unter-Wasser-See. Es ist in einer Höhle-See. Und dann hab ich gedacht... Oh, boah, geil! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guck mal, was ich anhabe! Hast du noch Schuhe? Nein, du hast selbst keinen. Eck. Ach nee, das warst du da hinten. Scheiße. Ich dachte so, irgendwie sowas bestand, Bild, aber du warst einfach in mir. Äh, Tom, ich bin reingefallen. Was? Wo bist du reingefallen? Ich dachte jetzt... Ach fuck, ich bin zu dumm. Ich komm hier nicht hoch, so. Vielleicht hier. Du weißt, wo ich bin, hoffe ich. Ja, ja. Wenn das du bist. Alter, wir haben so scheiße Quip wieder. Hä, nein! Guck dir meine Rüstung an! Wir haben nur ein Holzschwert. Ich hab Schuhe für mich. Ja, aber guck dir meine Rüstung an! Ich hab komplette Eisenrüstung, bis auf Schuhe. Ja, ich kenn Rüstung, Schuhe. Aber wir haben nur Holzschwerter, Alter. Ja, das ist das Problem. Lass mal auf Spielerjagd gehen. Warte kurz. Die Frage ist, wie finden wir Spieler, wenn wir keinen Track haben? Und die Track haben sowieso nicht funktionieren, weil... Weil die uns nicht. Okay. Genau. Richtig. Deswegen töte ich jetzt einfach dich. Ja! Dann funktioniert dein Trecker wieder. Genau. Ein Trecker. Hm, was gibt's hier? Nichts toll. Da ist die Kiste. Holen, 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 holen. Holen, holen, holen. Wow, ein Goldhelm. Yay. Da unten ist die Kiste. Ja? Jo! Holen, holen, holen. Nein, du wirst weggepusht. Was war drin? Äh, nichts Besonderes. Ah, schade. Schade, schade. Weißt du, was ganz cool wäre? Ein Eisenschwert. Oh ja. Oder wenigstens mal Steinschwert oder so. Ja, aber dann direkt zwei, bitte. Du hast eine Kiste übersehen. Ja, ja, ich weiß. Aber ich weiß schon, dass da nichts Gutes drin war. Essen drin. Hab ich ja genug. Bist du da raus? Ja, ja. Okay. Ich dachte schon. Komm mal hier runter jetzt. Ja, ich bin hier doch schon. Da ist eine Kiste drin. Wie kommt man da hin? Oh. Hä? Wie soll das funktionieren? Erklärt's mir. Bitte. Wie geht das? Ich hab's. Hä? Oh, Flo, du bist ein Genie. Dafür hab ich mir einen Kürbiskuchen geholt. Also du hast einen Kürbiskuchen geholt. Wow. Weil ich hab einen Eisen. Nee, ich hab keinen Eisen. Und auch keinen Steak. Oh, Idiot, ey. Und nix bist du da. Oh. Oh. So. Da. Ich hab ne Kiste. Ja, komm. Bitte ein Eisenschwert oder ein Steinschwert oder zwei. Luft. Da war nix drin. Luft. Alter, damit kannst du auch welche besiegen. Damit kannst du die ersticken. Mit Luft ersticken. Ja. Oh. Okay. Ja, alles in Ordnung. Das war purer Sauerstoff. Damit hättest du die ersticken können. Mit Luft ersticken. Ja, wenn das purer Sauerstoff wäre. Dann hättest du die ersticken können. Flo? Ich würd sagen, du nennst die Folge. Da ist ein Trecker. Und gute Schuhe. Hier, ich hab Schuhe für dich. Ich hab auch einen Trecker. Aber Schuhe hab ich noch nicht. Die hab ich dir jetzt gleich hingeworfen. Danke. Ich mag es nämlich nicht so, ähm, mit so... Mit so barfuß zu gehen. Der Gegner. Oh, da, da ist eine, eine Kiste. Und ich hab ein Holzschwert. Ah, Top, Hilfe, da ist einer. Was soll ich damit? Aua. Hey, du hast Fallschaden bekommen. Fuck. Angelt nur zu klein. Oh, ich hab jetzt geilo Plan. Boah, hier ist ein Haus mit ganz viel Laub drin. Ich wohne auch in so einem Haus. Und hier kann man sogar... Alter, hier kann man mit dem Laub sogar hochklettern. Das ist ja... Das ist ja Revolution. Und hier sind unsichtbare Blöcke. Aua. Alter, meine Stimme. Die ist gerade genial. So. Ich wollte dich in diesem Gang so mit der Angel zurückhalten, dass du da nicht durchkönnst. Ja, aber ich bin genial, Flo. Ich weiß das schon im Voraus. Boah, hier gibt's Kuchen. Ich hab gerade was gegessen, ey. Das ist eine Verarsche. Boah, Alter, wir haben echt nur ein Holzschwert. Das ist so behindert. Das ist ein Eisenschwert im Inventar. Was? Das hab ich einfach so gesagt. Vielleicht hätte sie dann eins in mein Inventar gezaubert. Achso. Ich hab ein Diamantschwert in meinem Inventar. Oh. Es hat sich hingetaubert. Ja, dann würde ich einfach so an dem Diamantschwert vorbeirettet. Und einfach nichts sagen. Einfach so richtig... Oh, oh, ich hab ein blau gefärbtes Holzschwert. Ey, Flo. Da oben ist einer. Ah, nee, das bist du. Wo? Siehst du, wieso hast du auf einmal nur noch Goldhose? Ey, Flo. Ähm, wo sollen wir mal in die Mitte und da alles klar machen für uns? Ich wette, da stehen so zehn Leute rum. Das Sechser-Team. Alter, es könnte echt gut noch ein Sechser-Team geben. Nee, könnte es nicht. Es sei denn, einer vom Sechser-Team wurde getötet. Nein, es gibt kein Sechser-Team mehr. Aber jetzt gibt's gleich Deathmint. Scheiße. Warte schon, der Snowfru hat den einen getötet und der Crazy-Bubi hat... Alter, du bist so behindert, ohne Witz. Sieht da nur noch ein Vierer-Team. Ja, das ist ja quasi gar nichts für uns. Ihr mit unseren Holzschwertern. Warte, ich muss essen. Ihr mit unseren Holzschwertern machen das, würde ich sagen. Warte, da ist eine Kiste. Die hat eh schon... Oh. Oh! Das ist ja super! Ein halb kaputtes Feuerzeug. Wer will das nicht haben? Alter, die Kisten wurden noch alle gar nicht gelootet hier. Was ist denn los mit denen? Hier in der Mitte leider schon. Ach, wie? Da kannst du mir jetzt nicht erzählen. Ja! 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 Flo! Wo bist du? Wo bist du? Ja! 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 Komm! Äh, äh, Eisenachs hier immerhin schon mal. Ähm, pass auf, nimm mir die Eisenrüstung raus. Und check ganz schnell, hier ist noch ein Eisen. Noch ein Eisen? Ja! Ja, Moment, wir haben jetzt gerade keine Zeit dafür. Wir müssen erstmal aufpassen. Hier wird gleich eh einer kommen. Eisenspeine. Okay, Flo, hier. Hier ist das Eisen. Du brauchst nur noch ein Stück. Äh, ein Stück. Nein, nicht Mitte! Bitte nicht! Flo, ähm, sollen wir schnell rennen? Äh, ja. Okay, dann komm. Renn. Hier, siehst du mich? Nein, doch. Okay, komm schnell. Die werden gleich so richtig behindert gucken, wenn alle Kisten da gelootet sind. Oh Gott, da ist einer! Das sind zwei! Angriff. Oh ja, aber nicht über den See. Oh, Flo! Das sind drei Behinderte! Oh, Alter! Mich hat hier eine rausge... Alter, Flo! Flo, da hinter dir! Die macht mich! Wer ich mit dem Bogen... Alter, hast du gerade zwei gekillt? Was? Die hat dich gekillt! Ich hab hier mit einem Herz angegriffen! Jolo! Alter! Wie hast du gerade aufgeräumt? Äh, da waren nur zwei! Da waren drei! Du hast wahrscheinlich mich gesehen! Hä? Ja, mit einem... Wieso bist du nicht in der Runde? Weil die voll ist... Däh, das waren doch hundertprozentig drei! Das hab ich doch gesehen! Du hast mich wahrscheinlich gesehen! Auf jeden Fall hab ich auf einmal irgendwie von der Dierachse wurde ich geschlagen, hab auf einmal richtig Damage bekommen. Dierachse kann ich sagen. Also, oder... Ach so, ja, ich wurde auf einmal mit einer Dierachse geschlagen, dann war ich im Wasser drin, und dann hat die mich mit dem Bogen richtig down gemacht, und dann dachte ich, wenn... Hä? Ja, du... Du hast auf jeden Fall dich mit... Aber, Leute, die Aufnahme geht schon 15 Minuten, das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, haut da rein, und... Willst du noch was sagen? Tschüss! 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 Tschüss!